Musik 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 Wir erobern Alpha Schüsse Wir nehmen Bravo ein Feind hat C eingenommen A gesichert Musik ich wollte doch die scheiß blendgranate runternehmen gar nicht Na, hat sich dumm! Nein, nicht beim Nachladen, Alter! Danke. Äh, Mist! Ich, das gibt's noch nicht! Da hat er mich gecheckst. Boah, um arm zu löst schon einer. So, das wollte ich nicht. Ich hätte noch einen Schuss gebraucht, wäre er tot gewesen. Aber nein! Wir verlieren! Wir haben B verloren! Ich steuere die Fernleckladung. Oh, der Schämer! Verstehend, oder was? Bin ich dumm, oder was? Was? Das ist ja schlimm. Du hast auf jeden Fall Kontakte. Nö, habe ich nicht. Oh Gott, ich kann das denn überleben. Von unten kommt zwei. ich bin doch schon wieder weg da kommt noch einer nein zwei so da lecken durch die Füße hier Drohne komm wir verlieren bravo da ist noch einer da wie überlebe ich das denn alles hier da fallen wir auch zwischendurch jetzt muss ich hier auch wieder weg alter ach da kommt er nein bin ich dumm oder was hab den B verteidigt ja ne naja noch haben wir B naja es ist umgekämpft aber wow ich hab die immer noch hier drauf die sitzt da unten immer noch und kämpft da hinten ab ne was ein Arsch hab ihn angehittet ja angehittet tue ich den auch andauernd ich sag doch ich weiß nicht wie ich das alles überlebt habe ich weiß doch ich hab doch gesagt ich weiß nicht wie ich das überlebt hab das geht da nicht das kann zwar nicht sein als er was da los das kann er noch nicht gemacht haben noch ein bisschen soll ich die direkt hier nach oben durch ist egal du gehst nach oben ich sicher dich vom tank kommt keiner ein noch einer noch ein recht glückgefunden aufgestellt jetzt ist sie frei nein keiner kommt von hinten ich bin tot ich versuche mal ein B einzunehmen na komm durch so ich geh rein da ist noch einer rechts um die Ecke ich bin tot oh ja oh ja ich hab zwei Wander ich hab sie gesprungen die Brecksäcke haben meinen richtigen Koffen zerstört da fliegen die Granaten rein einer kommt einer kommt okay das kann nicht passiert sein das kann nicht passiert sein wie hat das denn überlebt wir nehmen Bravo auf Alpha wird gesichert mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt na komm schon komm schon komm schon nimm es ein jetzt hier muss hier weg ja da oben shit ja mach sie weg was ist das du kannst wissen dass mein Spot oben frei ist was ne ich bin gerade unten im Tunnel oh mein die Rückenkontonsatz ist frei also geh ich da mal rein das kann doch nicht sein dass ich das immer alles überlebe da ist einer da ist einer da ist einer da kommt Kai kommt einer kommt einer hab ich Kommt einer! Nääääääääääääääääää... Einer hat meinen richtigen Pool zerstört. Loool... hallo muss man in munition aufladen gehen im moment nicht nur ein abschluss oh da kommt ein ganzer arsch voll shit mehr konnte ich nicht kriegen oh alter ey oh